Hallo und Willkommen zu einem weiteren YouTube-Kanal-Vorstellungsvideo auf meinem Kanal. Und ja, heute stelle ich euch mal in einem Video zwei Kanäle vor, weil die beiden im Prinzip zusammengehören und zusammenarbeiten als YouTuber und auch zusammen beste Freunde sind. Daher stelle ich heute mal die gute Volksgirl einmal vor und die MU-Fan und ihr Kanäle, die sie noch haben. Da habe ich aber einen vergessen. Der gehört dann auch noch dazu. So, und zwar einmal den Hauptkanal von Volksgirl. Und ja, was macht sie hauptsächlich? Sie macht hauptsächlich Livestreams. So als Hauptsache. Let's Pack Aus Videos. So ist nicht Spezialvideos. Wo sie es basteln, wie so ein Trend zum Beispiel. Aber hauptsächlich ist ihr Thema Livestreams, wie ihr seht. Da gehen wir auch hierher. Da sieht man ein bisschen mehr, was sie macht. Da seht ihr mal so ein Teil, was sie alles macht an Videos. Wie ihr seht, der Großteil ist Livestream mäßig gemacht. Was ich auch sehr schön finde. Aber so guckt auch rein, wenn ich die Zeit habe, zuzuschauen und ich gerade selbst am Streamen bin oder am Aufnehmen. Je nachdem. Ihr wisst ja, YouTube nimmt sehr viel Zeit in Anspruch oder wenn ich was anderes zu tun habe. Also mein Zeitplan ist immer sehr knapp gemessen, dass ich mal ein bisschen Freizeit habe. Und ja, das ist sozusagen ihr Hauptkanal. Hier geht's auf jeden Fall um Livestreams zum Großteil. Minecraft, Sims und Island Saver. Die drei Sachen. Aber meistens, äh, Sims und Minecraft. Das sind ihre Hauptstreams. Und dazu zeige ich euch dann noch zwei andere Kanäle, wo sie zu sehen ist. Einmal noch ihr zweiter Kanal. Es hat mehrere Wolfgurl Painten. Da macht sie halt Speedpainting. Ich denke mal, es wird vielen ein Begriff sein. Sie zeichnet das ganz normal und macht das dann halt als Zeitraffer, als Video. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Also Leute, die sowas interessiert, äh, für die ist das auf jeden Fall was. Könnt ihr halt einfach gerne mal reinschauen. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr ja gerne ein Like da lassen oder ein nettes Kommentar. Ich denke mal, sie wird sich auf jeden Fall darüber freuen, wenn sie mal ein Like bekommt oder ein nettes, äh, Kommentar für ihren Videos. Ihr seht es jetzt erst mal sieben Abonnenten. Und ja, ich denke mal, der Kanal hat echt noch mehr Abonnenten verdient. Deswegen zeige ich ihnen einfach mal mit in diese Video. Und der dritte ist Wolfgurl MewFan2, wo sie mit MewFans sozusagen zusammenvideos macht, wie Let's It zum Beispiel. Das Hauptsächliche. Oder dass sie Süßigkeiten probieren. Und solche Sachen. Da kann man halt 20 Abonnenten. Aber ich denke mal, hat auch einfach mal ein paar Abonnenten mehr verdient. Wie gesagt, es sind keine professionellen Videos. Aber dafür sind sie wirklich sehr schöne Videos. Auch wenn sie nicht professionell sind. Wie gesagt, es ist nicht jeder so professionell wie andere YouTuber oder schon so Fotoschritten wie ich zum Beispiel, dass man die Technik dafür hat, das ordentlich zu machen. Sie nehmen es im Prinzip alles nur mit dem Handy auf. Äh, und das ist dann nicht immer so einfach. Wie gesagt, ich habe auch klein angefangen und weiß wie das ist, äh, klein anzufangen oder kleiner YouTuber zu sein mit wenig, äh, Equipment und Möglichkeiten was zu machen. Und ja, wie gesagt, sie machen Let's It. Das packt aus. Oder spielen mal Pokémon als Anime-Menschen. Kochen was. Also, etwas Vielfalt ist auch geboten. Der Kanal ist jetzt nicht hyperaktiv. Das muss man dazu sagen. Aber ich will ihn einfach mal mit in das, äh, Vorstellungsvideo bringen. Weil er auch einfach ein paar Abonnenten mehr verdient hat. Und deswegen ist er mit dabei. Und es dazugehört zu ihrem Hauptkanal als Nebenkanal. Und ja, wie gesagt, die beiden machen das halt dann noch so als Nebenkanäle. Ich mache beispielsweise alles nur auf meinem Hauptkanal und kein Nebenkanal auf YouTube. Ich mache alles auf einen. Und die beiden teilen das halt noch ein bisschen kategorisch auf. Was auch okay ist. Das ist ja nichts Schlimmes. Wie gesagt, hier auf dem Kanal könnt ihr auch gerne mal ein Abo dalassen, wenn es euch gefällt natürlich. Oder wenn ihr den beiden helfen wollt und sie ein bisschen pushen wollt auf YouTube. Einfach mal ein Abo reinknallen. Die beiden würden sich auf jeden Fall freuen. Und jetzt gehen wir über zu der guten Mew Fan. Und sie macht hauptsächlich nur Livestreams auf dem Kanal. Früher hat sie halt auch mal Displays gemacht. Aber jetzt macht sie hauptsächlich nur noch Livestreams von Minecraft. Was ja auch okay ist. Da schaue ich auch immer mal vorbei, wenn ich die Zeit und Lust habe. Es ist ja jetzt ein Sonntag. Also gestern habe ich hier auch mal reingeschaut bei den Livestreams. Zweimal für eine gewisse Zeit und zugeschaut. Weil ich einfach mal dachte, ach komm guck sie mal wieder den beiden zu wie sie socken. Oder erst mal ihr. Wolf kam ja dann erst später dazu. Also Wolf Girl. Und ja, das ist dann auch manchmal sehr unterhaltsam. Ist sie jetzt auch nicht die beste Qualität und Übertragungsreichweite, weil sie nicht so gutes Internet hat. Da hakt das immer ein bisschen ab oder ist verpixelt. Aber das darf man nicht immer als Grund nehmen, einen Kanal als schlechten Kanal hinzustellen und sagen, der Kanal ist schlecht, hat eine schlechte Qualität. Wie gesagt, es hat nicht jeder die Möglichkeit oder die Ressourcen, ein perfektes Video oder perfekten Livestream zu machen. Das hat nicht jeder. Und deshalb tue ich das immer wirklich nochmal betonend sagen, dass das nicht als Grund genommen wird, zu sagen, das ist ein scheiß Kanal. Das hat einfach Qualität. Nein, nicht jeder hat halt die Voraussetzung. Das war bei mir früher auch nicht anders, wo ich angefangen habe mit YouTube. Da war ich auch nicht besser. Oder ich hatte nicht das gute Internet dafür zu streamen. Ging einfach nicht. Jetzt habe ich halt das Equipment, gutes Internet. Ich kann was bieten. Das kann ich halt nicht jeder zum Beispiel. Und sie kann das jetzt sozusagen auch nicht wirklich. Ne? Und ja, wie gesagt, schaut auch gerne mal bei ihr vorbei. Sie stimmt immer am Sonntag. Zum Beginn ist immer variabel. Das Ende ist 18 Uhr auf ihrem Kanal. Und ja, wer sich für Minecraft interessiert oder sie auch gerne pushen möchte auf YouTube, gibt ihr gerne ein Abo. Sie wird sich wirklich mega darüber freuen. Ich verlinke die Kanäle auch nochmal alle in der Videobeschreibung für euch, dass ihr die habt. Und dann sage ich mal, gehen wir noch so den letzten Kanal über, der auch NuFan gehört. Und da geht es auch um Painten. Und wer seht, sie macht eigentlich nur Pokémon-Paintings, aber wirklich schöne Speedpaintings. Wer sich wie gesagt dafür auch interessiert, wie bei World's Girl Painten, lasst gerne ein Like da. Nettes Kommentar meinetwegen dazu. Und auch ein Abo. Ich denke mal, darüber wird sie sich auch auf ihrem kleinen Nebenkanal von ihrem Speedpainting wirklich freuen. Wenn sie da auch noch ein paar Abonnenten dazu gewinnt. Und ich denke mal, Speedpainting begeisterte Leute gibt es bestimmt einige. Gerade so die jüngere Generation wird das wahrscheinlich mehr interessieren als die ältere Generation. Ich gehöre schon jetzt nicht mehr so die ganz Jüngeren dazu inzwischen. Aber wie gesagt, lasst ihr auch hier bei diesem Kanal gerne ein Like und Abo da. Hier wird ihr sich wirklich darüber mega, mega freuen. Und ja, dann bin ich jetzt auch schon durch mit den fünf Kanälen von Wolfs Girl und Mew Fan. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, auch die Kanäle euch angesprochen haben. Also ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr den beiden helft und ein bisschen abonniert und Abos dazu gebt. Oder mal einen Kommentar oder einen Like. Dass sie sehen, ah ok, die Videos werden angeschaut. Und ja, dann war es das auch schon von diesem Vorstellungsvideo von den beiden guten Wolfs Girl und Mew Fan. Und ja, dann werde ich das Video an dieser Stelle beenden. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr den beiden helft und ein bisschen pusht. Wie gesagt, die Links sind in der Videobeschreibung. Ihr könnt sie gerne weiter teilen, wenn ihr das möchtet. Also, das werdet ihr bestimmt auch noch ein bisschen was einbringen und den beiden helfen. Und nun sage ich mal an dieser Stelle Ciao mit V. Bis zum nächsten YouTube-Verstellungsvideo auf meinem Kanal von Darstlefchenzockt. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und mir natürlich treu gewogen. Bis dahin. Eine schöne Zeit. Und Ciao mit V. Euer Das Steffen Zockt. Ciao. 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 Ciao.